Herzlich Willkommen wieder zu einem neuen GIMP Tutorial Oh Hä? Ich zoome noch Okay Ja, ihr kennt das ja, dass bei GIMP gibt es ja so drei Stück Mich nervt das manchmal Wenn ich es so mache und bearbeite und dann muss ich das hier so bewegen und weil das da irgendwie so ist Oder ich muss das hier so machen, ne? Äh, okay, das ist gerade komisch Jetzt stimmen wir mal nach da, so Ne? Äh, damit das nicht so aussieht, kann man Fenster machen Äh, und Einzelfenstermodus Wenn ihr das so macht Dann müsst ihr kurz warten Und Was ist das passiert? Also, es ist alles hier so, äh, in einem Fenster Und wenn ihr jetzt auch noch F11 trägt So Ist gar nichts mehr da Also, könnt ihr perfekt aufnehmen Erstens Zweitens Auch noch, weil hier stört ja nichts mehr Und zweitens Äh, ich hab ne sehr große Oberfläche und So Stört das nicht Müsst ihr nicht bewegen oder so Dann könnt ihr Das ist alles viel besser Sagen wir mal so Bäääääääaäääääääääääääääääääääääääääääääää kann